Und dann schreibe ich dann Willkommen zu mal wieder einer kleinen Runde Geometry Dash. Heute mal mit ein bisschen anderem Facecam-Ansicht. Wenn mich nicht alles täuscht, dann solltet ihr dieses Video genau an Ostern sehen. Das heißt gerade nur mal ein kleines osterliches Special. Okay, Jungs, reicht auch schon wieder. Wie ihr ja schon wisst, habe ich letztes Mal das Level Cycles geschafft. Und seitdem habe ich noch ein bisschen gesuchtet. Ich habe seitdem noch X-Step geschafft. War relativ easy, das Level. Das habe ich, glaube ich, in 100 Versuchen, sowas in die Richtung, habe ich das dann eigentlich durchgeschafft. Und Clutter-Funk ist ein Level, was unglaublich kacke ist für mich. Ist das... Oh Mann, Alter. Es gibt irgendwo so eine Dubstep-Einlage. Die Musik ist richtig scheiße für mich. Das finde ich richtig scheiße, das Level. Deswegen habe ich es einfach übersprungen. Habe Theory of Everything geschafft. Das Level finde ich wiederum sehr, sehr cool. Das habe ich auch aufgenommen, wie ich es geschafft habe. Vielleicht schaffe ich es jetzt nochmal spontan für euch. Wahrscheinlich nicht. Aber ich kann es ja mal probieren. Der Anfang, da muss man sich tatsächlich ein bisschen merken, wie der Anfang geht. Weil der Anfang, da habe ich tatsächlich am Anfang auch relativ gestruggelt. Da struggle ich auch immer wieder. Eigentlich sollte ich da keine so großen Probleme haben, hier am Anfang. Da seht ihr schon. Da bin ich gut durchgekommen. Und jetzt habe ich den kritischen Part auch schon vorbei. Hier sterbe ich normalerweise eigentlich nicht mehr so. Und wie gesagt, ich finde das Level sehr, sehr cool gemacht auch. Also, ich bin da tatsächlich ein sehr großer Fan. So, tschak, tschak, tschak. Hier gibt es immer diese Parts, wie gerade auch, wo man sich immer den Weg aussuchen muss. Und wenn man den falschen läuft, dann ist man tot. Ein bisschen witzig. Ja, da gab es auch schon so verschiedene Teile. Und hier gibt es auch einfach Teile, hier einfach spammen. Hier musst du einfach spammen. Sonst ist das Level tatsächlich sehr schwierig, wenn du dort nicht spammst. Okay, so. Okay, perfekt. Aber eigentlich ist dieses Level jetzt gar nicht das, was ich euch unbedingt zeigen wollte. Sondern, da kommen wir gleich dazu. Ich will heute mal wieder probieren, ein neues Level zu schaffen. Und zwar ist das das nächste, sozusagen. Oh, der Teil ist jetzt immer sehr kritisch. Der Teil ist sehr kritisch. Ich werde es auch mal den Rest des Levels nochmal einblenden. Denn das Ganze habe ich ja noch aufgenommen, als ich es das nicht mal geschafft habe. Und ich habe gerade keinen Bock, das noch zehnmal zu probieren. So, und damit kommen wir auch schon zum Level, was ich heute probieren will. Ich habe 87 Prozent, ich habe es einige Male auch in Practice Motion gespielt. Ich bin relativ gut aware, wie das Level funktioniert. Und ich finde es auch sehr cool, Electro Man Adventures ist tatsächlich ein sehr cooles Level auch. Und die Musik, die feiere ich tatsächlich auch sehr bei diesem Level. Also, nach dem kleinen Niveaueinbruch meiner Meinung nach bei Cycles, geht es jetzt doch wieder Steilwerk auf. Und der Teil hier, der ist tatsächlich auch ein bisschen kritisch. Hier, ihr denkt euch jetzt sicher, what the fuck, was hat der Typ für Probleme? Aber das ist so eine normale Raketen-Part. Aber das ist so eine Mini-Rakete. Die ist irgendwie schwieriger. Ich weiß auch nicht, die überreagiert immer so voll. Das ist echt... Und dieser Teil hier, der ist auch wieder ein bisschen anders. Weil du bist da so ein Mini-Block. Der ist auch wieder anders zu steuern. Also, alles ganz kritisch. Okay, Leute. Okay. Oh, jetzt! Perfekt. So, die Stelle da. Da bin ich tatsächlich auch immer ein bisschen gestruggled. Aber jetzt geht's. Okay. Der Part, der ist nicht so schwer. Da ist ich einfach nur mein Ufo. An der Stelle die große Rakete wieder, die dir hier ein bisschen strange vorkommt. Nachdem du die ganze Zeit die Kleine gespielt hast. Jetzt hier Ufo. Und jetzt kommt gleich ein Part, wo ich unglaublich auch verreck. Genau, der. Dort der Übergang. Der ist richtig... Der Übergang, der ist dort echt kacke. Okay, jetzt wird's auch nochmal ein bisschen stressig. Einen Fehler gemacht. Kacke. Leute, ich bin echt begeistert, wie gut ich diesen Raketen-Pfad mittlerweile kann. Am Anfang bin ich da richtig gestruggled. Am Anfang war das echt mega schwer für mich. Aber mittlerweile ist das ja echt easy hier alles. Sage ich und verreck. Diesmal mache ich den Fehler nicht wieder. Oh Gott, das ist so stressig. Okay. Jungs. Fünf Versuche. Hä? Ich hab mir gedacht, ich kann mit diesem Level jetzt ein Video füllen. Ja gut, eigentlich müsste ich jetzt das nächste Level ausprobieren. Und das war Electrodynamics. Aber da habe ich überhaupt keine Übung. Ich habe das noch nie wirklich gespielt. Wie ihr seht, ich habe nicht mal im Practice-Mode 100%. Ich habe da nur 33% im Practice-Mode. Und irgendwie 18%. Also ich habe das so gut wie noch nie gespielt. Blast Processing habe ich auch geschafft. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon gesagt habe. War auch ein relativ cooles Level. Und das Level, was ich immer gesagt habe. Oh mein Gott, das ist so geil. Geometrical Dominator habe ich tatsächlich auch geschafft. Ich werde es euch mal probieren zu zeigen. Vielleicht schaffe ich es jetzt hier spontan nochmal. Ich habe das damals leider, als ich es geschafft habe, habe ich es leider nicht aufgenommen. Was ziemlich dumm war. Weil ich hätte es gerne aufgenommen, das Level. Weil es ist extrem cool. Also das ist tatsächlich mein Lieblingslevel, fast aus dem ganzen Spiel. Zusammen mit Theory of Everything finde ich das tatsächlich eines der geilsten Level. Hexagon Force ist auch noch cool. Aber das habe ich leider noch nicht geschafft. Oh Gott, das war gerade knapp. Das war... Da sterbe ich nie. Leute, das ist jetzt dumm. So, das sieht schon besser aus. Da war ich gerade auch ein bisschen nicht im Flow drin. Flow drin und jetzt bin ich schon weiter, als ich es im letzten Video geschafft habe. Sehr gut. Der Teil, der wird jetzt auch relativ cool. Invisible Spikes. Das sind so Spikes, die verschwinden. Das ist immer ganz kritisch. Aber es geht alles. Es geht soweit alles noch. Jetzt kommt hier gleich ein Part, der nochmal ein bisschen kritisch wird. Der hier. Da wirst du nämlich relativ übertrieben schnell. Aber ich bin durch, so wie es aussieht. Okay. Und jetzt gleich kommt der nächste Part. Da ist es nämlich alles dunkel und du siehst nicht richtig. Da muss ich mich jetzt echt konzentrieren. Ah. Oh, Jungs. Oh, Jungs. Oh, nein. Nein. Um Gottes Willen, Chris. Was war das für ein Scheiß? Dum 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 dum. 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 Was, was fällt dir ein, Chris? Ich bin ja auch noch nie gestorben. Ich wollte euch nochmal was zeigen. Erstmal kurz zu meinem eigenen Level. Ich habe da nämlich ein bisschen was am Design verändert. Weil letztes Mal er doch etwas einiges an Kritik gehagelt hat. Und ich selbst fand es ja auch nicht so geil. Ich habe jetzt einiges geändert. Zumindest am Anfang habe ich schon mal was geändert. Und ich wollte einfach mal euch zeigen, wie er das so findet. Ansonsten. Das wollte ich euch eigentlich nicht zeigen. Ich muss erstmal den Checkpoint entfernen. Das war auch nicht so gut. Ich habe ja nämlich überall so eine Art Laserstrahlen eingebaut. Ich finde, es sieht auf jeden Fall besser aus. Und dieser Teil hier, den finde ich vor allem relativ cool. Und ich habe diese ganzen Standardblöcke ausgetauscht. So. Ne, also ansonsten ist nichts Besonderes mehr dazugekommen. Aber der Anfang, den finde ich auf jeden Fall, sieht schon mal ein bisschen besser aus. Schreibt es mal in die Kommentare, wie er das jetzt findet. Ich würde mal sagen, damit wir jetzt einfach nochmal die restlichen 10 Minuten, die ich noch mit meiner Kamera aufnehmen kann, füllen können, können wir noch ein Map Pack probieren. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Sapphire Pack. Weil bei diesem Beginners Pack, da gibt es noch Eye Level und das ist extrem scheiße. Ich habe es gerade schon mal gespielt. Das ist kacke. Okay. Wir probieren hier mal aus. Wir haben Flappy Hexagon. Ein Flappy Birds Level. Back on Track Remake. Das klingt doch schon mal sehr vielversprechend. Back on Track ist ein sehr einfaches Level. Das heißt, das sollten wir jetzt hier eigentlich einfach rocken können. Was zur Hölle? Ich bin nicht gestorben. Oh Gott. Ich dachte, das war mein Ende. Um Gottes Willen. Ich habe einen Fehler gemacht und ich habe es einfach überlebt, weil dieses Level scheiße einfach ist. Okay. Okay. Ich habe so gut viel. Oh. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Alter. Ich habe gerade mein Herz-Effekt sowieso gekriegt. Bei 90% so ein Scheiß nochmal verrecken. Oh ja. Ja, ja. Das hier war noch cool. Das weiß ich noch. Das Level ist spanisch. Deswegen verstehe ich eigentlich so ganz viel. Aber das Level ist cool. Und die Musik dabei ist auch relativ cool. Zumindest das Level hat irgendwas. Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie nicht so ganz das, was ich mir unter Geometry Dash vorstelle. Aber es ist auf jeden Fall einige coole Sachen sind mit eingebaut. An der Stelle. Deswegen bin ich begeistert. Genau. Jetzt sind wir irgendwie hier. Jetzt werden hier so komische Schlüssel gedroppt und die müssen jetzt alle einsammeln. Also so ganz Geometry Dash ist das nicht. Aber ähm... Ja. Kann man auch mal machen. Ich finde es echt ganz witzig hier eigentlich. Bien. So. Das haben wir gut gemacht. Hat es uns gerade gesagt. Das ähm... Ja. No Tugus. Das weiß ich leider nicht, was das bedeutet. Ich wahrscheinlich nicht an... Nicht berühren. Okay. Hier müssen wir jetzt Tugun. Okay. An der Stelle. Weiß ich jetzt nicht. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Fah. Fuck on. Was? Fuck on. Okay. Okay. Ähm. Ähm. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was passiert hier? Äh. Ach du Scheiße. Oh. Okay. 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 Aber Jungs. Ihr müsst doch echt sagen. Das Lied. Das ist mega heftig. Okay. Wir spielen in Minecraft. Und der Block ist irgendwie an uns hängen geblieben. And. Oh nein. Oh. Ich hab euch alle wegge... Basht. Okay. Sun Dulu Slyke. CS. Okay. Das verstehe ich leider nicht. Wir wollen uns liken das Level glaube ich. Guck mal der Block hier. Oh Gott. Ich dachte ich verrecke jetzt da. Der Block hier unter uns. Okay. Ist das Level jetzt vielleicht dann noch irgendwann mal zu Ende? Ja. Danke. Meine Musik ist echt geil. Aber The Fat Red. Ne. Also ich bitte euch. The Fat Red ist immer episch. Immer. Okay Leute. Ich würde mal sagen. Das war es aber auch erstmal für dieses Video. Ich kann auch nur noch zwei Minuten aufnehmen. Weil dann schmiert wieder meine Aufnahme ab. Und das ist ein bisschen kacke. Ich würde mal sagen. Wenn es euch gefallen hat. Dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Wenn nicht. Dann lasst eine negative Bewertung da. Und bis dann. Bleibt schleimig. Und tschüss. Dann lasst uns.